Im Tanzclub Seestern Rostock e.V. wird kräftig trainiert, geschwitzt und geprobt. Denn ein großes Highlight des Tanzsportes in MV steht kurz bevor. So können Standard- und lateinamerikanische Tänze im nationalen Tanzwettbewerb am 26. Oktober 2013 in der Rostocker Stadthalle bewundert werden. Die Tanzschule Geipelt präsentiert in Zusammenarbeit mit dem TC Seestern Rostock e.V. den 21. Seesternpokal. Fritz Buschness-Showband und Moderator Hansjörg Goldhofer führen durch den Tanzabend der Sonderklasse. Sie erwartet in erster Linie, und das sagt ja auch schon der Name, ein hochklassiges Turnier, hochklassige Paare, die dann tanzen, die in der oberen Liga deutschlandweit international auch schon Preise ertanzt haben, aus Gesamtdeutschland, wie ich das schon sagte. Dann erwartet sich natürlich ein Kulturprogramm. Wir haben also auch ein Schuhprogramm eingeladen. Das ist ein bisschen Überraschung. Und unser Club, unser Tanzparadies, die sich auch im Hintergrund hier tanzen sehen, studieren extra einen Eröffnungstanz ein, der die Gäste überraschen soll. Neben den eindrucksvollen Tanzeinlagen der Profis und Berufstänzer wird auch reichlich Raum geschaffen, um selbst das Tanzbein zu schwingen. MV1 verlost exklusiv 3x2 Freikarten für Tanzbegeisterte. Schreiben Sie einfach eine Mail an info at mv1.tv. Viel Glück! Tag und dann kommen die Gäste, die sich auch im Hintergrund dieser G Curtis. Bis zum nächsten Mal!